Das sind die ersten beiden Flirtzüge, die das Land, STA und Trinitalia für den Südtiroler Regionalverkehr angekauft haben. Noch stehen die neuen Flirtzüge auf dem Bozener Bahnhof, da in den nächsten Wochen Testfahrten stattfinden und ein komplexes Zulassungsverfahren noch durchlaufen werden muss. Mit den 16 Flirtzügen kann ein Großteil der lokalen Zugverbindungen, insbesondere im Bustertal und zwischen Bozen und Meran, aber erstmals auch im Unterland mit modernem Rollmaterial bedient werden. Das sind wirklich kleine Schmuckstücke, diese Züge, denn sogar die Sitze sind von der Bevölkerung, von den Nutzern ausgesucht worden, sehr komfortabel mit hiesigem Lodenstoff. Auf der anderen Seite haben wir sechs Garnituren, acht neue angeschafft, die eben ab Herbst dieses Jahres, nämlich ab Dezember, in den neuen Finterfahrplan einsteigen werden und erstmals das gesamte Bustertal bedienen werden, das Eisertal und neu dazugekommen ist das Unterland. Und weiters werden sie auch auf der Meranerstrecke fahren. Das heißt, mit den insgesamt 16 Flirtzügen können wir den fast gesamten regionalen Verkehr des Landes abdecken. Und neu dazu kommt auch die Verbindung nach Innsbruck an den Tagesrenten und genauso ab nächstem Jahr auch der stündliche Takt bis Lienz. Auch die neuen Züge sind wieder auf ersten Blick als Südtiroler zu erkennen, tragen sie doch das bekannte Design der Dachmarke. Zu den Neuigkeiten gehören hingegen die Sitze mit Loden, Sitzbezügen aus heimischer Produktion und eine Reihe von neuer Zusatztechnik, wie beim Lokalaugenschein immer wieder von den Mitarbeitern des Landesressorts Mobilität von Trenitalia und von Saad unterstrichen wurde. Erstmals wird auch angeboten ein kostenloses WLAN auf diesen Zügen und ich denke, das ist einzigartig, denn normalerweise gibt es WLAN nur auf Hochgeschwindigkeitszügen und hier erstmals auf einer regionalen Linie WLAN. Ich bin überzeugt, das wird den Nutzungsgrad dieser Züge nochmal steigern. Wir haben diese Züge auch angeschafft und auch noch Kompositionen dazugekauft, dass sämtliche Züge, die in Südtirol verkehren werden, eben sechs Kompositionen haben. Das heißt, ungefähr 700 bis 800 Menschen aufnehmen können, denn die Nutzungszahlen in den letzten Jahren sind wirklich teilweise verdreifacht worden und wir sind manchmal sogar an die Kapazitätsgrenze gekommen. Und die Menschen wollen einfach mitgenommen werden, wenn sie sich schon für den öffentlichen Nahverkehr eben entscheiden und das haben wir jetzt bewerkstelligt mit dem Ankauf dieser acht, neun modernen Züge. Genutzt werden die neun Züge übrigens nicht nur von der Saat, die drei der acht Garnituren übernehmen wird, sondern auch erstmals von Trenitalia, die fünf Züge als Konzessionär übernimmt. Es ist eine große Genugtuung für Trenitalia und für mich persönlich, dass wir diese Züge verwenden und auch zum Teil gekauft haben in Zusammenarbeit mit dem Land. Und ich muss sagen, die technologischen Neuigkeiten sind groß auch in den Zügen, besonders für die Fahrgäste. Natürlich braucht man technische Zeiten, das heißt also die Homologierung sozusagen und die Immatrikulierung der Rollmaterialien bei der Agentur aus Sicherheitsgründen. Und diese Zeit kostet uns noch ein paar Monate. Auf jeden Fall mit Fahrplanwechsel, also im Dezember, werden wir endlich mit diesen neuen Zügen starten. Und also mit, hoffe ich, mit großer Freude der Fahrgäste. Maurizio Chiusa, Bahndirektor der Saat, hat beteuert, dass bisher sehr gute Erfahrungen mit den Flörzügen gemacht worden seien. Da diese nicht nur zuverlässig seien, sondern auch hohe Standards in Sachen Komfort, Sicherheit und Ausstattung böten. Angekauft wurde das Rollmaterial von STA, Land und Trenitalia. Die acht neuen Züge schlagen dabei mit 96,5 Millionen Euro zu Buche. Acht Millionen Euro kosten zudem die Erweiterungsmodule für die alten Zuggarnituren. Ja, das geht schon wieder.